Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es gibt nichts, was gegen den Antrag der Grünen spricht, denn im Gegensatz zu dem, was der Kollege Buchholz behauptet hat, schlägt der Antrag der Grünen nicht vor, dass nachträglich Ausschreibungsbedingungen geändert werden, sondern er schlägt vor, dass in den Verhandlungen, die über den Verkehrsvertrag stattfinden, das Ziel 100 Prozent Ökostrom angestrebt wird. Ob dieses Ziel erreicht werden kann, wird man in den Verhandlungen klären. Also insofern muss die Frage nicht an die Grünen gestellt werden, warum sie ihren Antrag nicht zurückziehen, sondern es muss die Frage an die Koalition gestellt werden, weshalb sie diesem Antrag nicht zustimmen, wenn das Ziel das gleiche ist. Was mich allerdings bei der S-Bahn-Ausschreibung viel mehr umtreibt als diese Frage, sind die Presseberichte, die wir in den letzten Tagen und Wochen haben lesen können, nämlich die Tatsache, dass sich, wenn sich das bestätigt, der Kreis der Bewerber extrem reduziert hat und möglicherweise neben der Deutschen Bahn gegenwärtig nur noch ein englischer Bewerber im Rennen ist. Damit würde sich das, was wir immer befürchtet haben und was wir gesagt haben, dass nämlich die Konstruktion dieser Ausschreibung mit der Kopplung an den Fahrzeugerwerb, mit der Tatsache, dass die Deutsche Bahn ein besseres Rating und damit bessere Kreditkonditionen hat als alle anderen Bewerber und damit eine Bevorteilung der Deutschen Bahn existiert. Diese Befürchtung hat sich insofern bestätigt, wenn dem so ist, dass jetzt nur noch als ernsthafter Bewerber die Deutsche Bahn in der Diskussion ist, dann ist genau das, was der Senat und was der Senator Müller mit der Ausschreibung eigentlich wollte, nämlich über Wettbewerb für das Land Berlin die besten Konditionen rauszuholen, hat sich in sein Gegenteil verkehrt, dass wir nämlich wieder mit einem Monopolisten verhandeln und das werden wir nach der Osterpause sicherlich noch weiter diskutieren. Konditionen